Mein Name ist Silvia Kollross, ich bin bautechnische Zeichnerin und ich komme aus Denbach. Ich zeichne nicht nur neue Bauten, sondern auch Anbauten. Also wir machen eigentlich alles von den kleinen Garagen bis zu den großen Hallen. Ja, man sollte ein räumliches Vorstellungsvermögen haben. Man muss die Computerarbeit auch genauso gewähnen und es muss einem einfach dauern. Ja, ein Haus kann ich mir dann eventuell einmal selber planen, bauen, weiß ich nicht. Ich glaube, das habe ich schon ein wenig verlernt, das machen, aber probieren kann man es. Lebe dein Talent. Dieses Berufsporträt widmete Ihnen die WKO Oberösterreich.